Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Laufbandzwecksreinigung ausbauen können. Nehmen Sie zuerst die Abdeckung neben dem Laufband ab. Sie können hier dann am Verbindungsstück die Verriegelung lösen. Das Laufband kann jetzt einfach nach vorne herausgenommen werden. Nehmen Sie dann die Seitenabdeckung ab. Lösen Sie jetzt die Schrauben der Heizabdeckungen. Sie können diese dann herausnehmen. Nach erfolgter Reinigung können Sie dann die Heizabdeckung wieder installieren. Bringen Sie danach die Seitenabdeckung wieder an. Setzen Sie dann das Laufband wieder ein. Verbinden Sie dieses dann wieder mit dem Motor. Und das ist dann der Pause. Vielen Dank.